So, hallo an alle zu den neuesten Neuerungen des bald kommenden neuen Updates Minecraft 1.5. Das ist jetzt der Snapshot 13W05A, ist jetzt neu rausgekommen. Da die letzten zu spät kamen, kam diese hoffentlich jetzt mal pünktlich, auch wenn es hier nicht allzu viel zu sagen gibt, aber... Ja, es muss mal gesagt werden, damit auch ja keine Info ausgelassen wird. So, folgendes. Zwei Sachen gibt es hier, eigentlich noch ein paar mehr, aber die kann man beziehungsweise eigentlich nicht sehen. Das sind eigentlich nur Bugs, die gefixt worden sind und sichtbare Sachen sind es jetzt nur zwei. Und die zeige ich jetzt mal ganz kurz, deshalb das Video wird nicht allzu lang werden, also nicht wundern, aber gut. So, erstens, Bone Meal hier, wir hatten es ja gehabt, viele haben sich beschwert, dass man sieben Bone Meal braucht, um einmal hier das Getreide hochwachsen zu lassen. Das wurde geändert, ab sofort braucht man nur noch eins, zwei und das wäre es auch schon gewesen. Ende. Nein, also, ja, im Prinzip, das wurde ein bisschen ausbalanciert, weil das halt zu übertrieben war. Jetzt geht es halt mit zwei Bone Meals und das ist halt dann dementsprechend ein bisschen effektiver gemacht. So, dann als zweites, habe ich schon eine Hand, Schnee. Es gibt verschiedene Abstufungen, ab sofort. Ein Schnee, zwei Schnee, drei Schnee, vier Schnee, fünf Schnee, sechs Schnee, sieben Schnee und ich glaube auch nochmal acht Schnee hoch. Das heißt, hier kann man genüsslich hochlatschen, das wird auch alles komplett erkannt als komplette Treppenstufen, so eine Art. Also es ist viel, viel feiner abgestuft, sage ich jetzt mal. Man kann jetzt vergleichen, mal die Half-Stabs hinlegen. So, dann ist das hier. Das ist dann der ganze Block und dann vergleichsweise wieder einmal hochdingen, dann geht es wieder weiter. Man sieht jetzt hier zum Beispiel jetzt wieder der nächste Block. Das heißt, ein normaler Block besteht aus acht solchen Schneeschichten zum Beispiel und ja, konnten wir früher schon machen mit MC Edit Filtern, glaube ich und so weiter und so fort. Aber ist jetzt an sich neu so an sich dazugekommen. Das heißt, Feinabstimmung bei Schneegebieten. Ganz, ganz toll. Ja, gut. Wer es braucht, ich vielleicht nicht so ganz zwangsläufig, aber bei zum Beispiel der Survival Games 5 Map von Vareide wäre das ganz cool gewesen, dass man das auch noch so anpassen kann. Und ja, also alles vor dem Schnee, den man jetzt auch stapeln kann seit neuestem wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wenn es schneit, habe ich jetzt nicht getestet, würden dann eventuell auch der Schnee langsam höher werden. Ihr kennt das ja, dass langsam, wenn es schneit, hier der Schnee zuweht. Aber wenn da nicht Schnee geschippt wird und das Gebiet halt länger mit beschneit wird, wächst der dann auch, wird der dann auch größer. Nicht, dass der irgendwann hier so aussieht zum Beispiel in einem Schneegebiet, das ihr durchlaufen müsst. Obwohl, das geht ja dann noch, aber da müsst ihr tief buddeln, um durch die Schneedecke zu kommen und irgendwann wird das Ding noch höher und höher und höher und höher. Na, wir wollen es doch nicht hoffen. Oder doch? Weiß nicht, wäre das cool oder nicht cool? Irgendwann musst du dein Haus in einem 3000 Meter tiefen Werk erstmal freigraben und buddeln und wühlen. Kann man hier unten durchgehen? Ja, das kann man nicht mit meinem Abbau. Dort geht der Schnee ganz oben auch runter. Okay, also theoretisch, wenn man jetzt hier so langsam nach oben geht, wenn man einmal den untersten Block entfernt, fällt alles oben, was oben ist auch noch mit runter. Gut, so, das wär's gewesen zu den beiden Neuerungen. War jetzt nicht allzu viel. Jedoch, gut, wär's gewesen. Ich bedanke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem nächsten Snapshot. Ich hoffe mal, das wird bald alles releasen, bald als Minecraft 1.5 rausgebracht. Ich freue mich schon auf das Redstone-Update. Und dann sehen wir uns demnächst übrigens den Bahnhof. Den habe ich mal kurz auf dem zweiten Kanal, wie er funktioniert. Ganz, ganz kurz gezeigt. Wer Bock hat, kann er mal reinschauen. Ja, ich hab einen zweiten Kanal. Reinschauen. Reinschauen. Auf den Kanal verlinkt. Das war KofiNix2. Und tschüss.